Also wie ein junger Bub war, haben wir schon einen ganzen Stall voll gehabt, voll Rinder, Schweine, Schafe, eigentlich alles. Mittlerweile ist es so, dass der Hof eigentlich noch vorhanden ist. Ich wohne da jetzt am Bauernhof. Das hat mir mein Vater alles übergeben. Also in Wirklichkeit bin ich ja nicht Fussbetreiner, sondern Landwirt.